Auch in Moskau hat man mit großer Aufmerksamkeit die Ereignisse in den USA beobachtet. Die Reaktionen fasst unser Russland-Korrespondent Christoph Wanner zusammen. Zum Ausstieg von Joe Biden aus dem Präsidentschaftsrennen gibt es einen Kommentar aus dem Kreml vom Sprecher des russischen Präsidenten, Dmitri Peskov. Und er sagt, die Wahlen in den Vereinigten Staaten würden erst in vier Monaten stattfinden. Und da könne noch einiges geschehen. Natürlich gucke man da mit Interesse zu, was in Amerika passiert. Aber oberste Priorität habe eben für Moskau die Militär-Spezial-Operation. Soll heißen, der Krieg. Und man arbeite daran, mit Nachdruck seine Ziele dort zu erreichen. So also der Sprecher des russischen Präsidenten. Ich erinnere nochmal daran, die Ziele Putins sind es, in der Ukraine für eine Entmilitarisierung zu sorgen. Eine Denazifizierung auch dafür zu sorgen, dass die Ukraine niemals NATO-Mitglied wird. Und Putin will die vier Provinzen, die Russland 2022 im September annektiert hat, vollumfänglich in die russische Föderation integrieren. Also Lugansk, Donetsk, Zaporozhye und Kherson. Zu Kamala Harris hat sich Peskov nicht wirklich ausführlich geäußert. Er hat gesagt, er könne sich nicht daran erinnern, dass Putin jemals mit Harris zu tun gehabt hätte. Also von daher gibt es da jetzt auch keine große Einschätzung vom Sprecher des Kreml-Chefs. Anders sieht es aus bei den russischen Politologen und auch Journalisten oder Bloggern. Da hat sich zu Wort gemeldet, Yuri Padalaka, das ist ja einer der einflussreichsten Blogger hier, selbst Ukrainer, aber absolut pro-russisch. Und der hat sich dazu hinreißen lassen, Kamala Harris zu beleidigen. Er hat gesagt, sie sei auch nur ein prinzipienloses Luder, das von einer Horde Satanisten, Globalisten gelenkt und geleitet wird. Da muss man sich mal vorstellen, was Padalaka da gesagt hat. Und das ist ein Mann der Meinungsmacher. Hier ist in Russland mit 2,8 Millionen Followern über Telegram. Etwas differenzierter möchte ich das vorsichtig formulieren. Hat sich da ein wichtiger russischer Politologe geäußert. Und Maxim Suchkov heißt er, er ist auch Amerikanist. Und er hat gesagt, dass Kamala Harris von Biden einige Gebiete bekommen hätte, die sie bearbeitet hat. Und die hat sie alle in den Sand gesetzt. Also Suchkov vor allem die Migrationskontrolle. Und wäre es Biden nicht so schlecht gegangen, dann hätte diese Frau wohl niemals eine Chance bekommen. Vielen Dank.